Das Börsenjahr 2018 war bisher recht durchwachsen. Was bringt der Rest dieses Jahres? Reden wir darüber mit Vermögensverwalter Armin Glogger, Geschäftsführer bei Glogger & Partner. Herr Glogger, zunächst mal ganz kurz der Blick noch zurück auf die ersten Monate, auf das erste halbe Jahr 2018. Konsolidierung hieß es zuletzt. Sind Sie damit glücklich? Ja, in unserem Investmentprozess war es gar nicht so schlecht, dass es mal eine Konsolidierung gegeben hat. In den letzten Jahren hatten wir sehr viele gute Börsenjahre und das erste halbe Jahr oder der Beginn des Jahres war einfach ein Verschnaufer an den Aktienmärkten. Wir wollen aber nach vorne schauen auf die restlichen Monate dieses Jahres. Es ist sehr von Politik geprägt gewesen, das Börsengeschehen in den ersten Monaten. Donald Trump, G7-Gipfel beispielsweise, Wahlen in Italien. Glauben Sie, dass dieser politische Einfluss auch anhalten wird? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, politische Börsen, die wir derzeit haben, haben in der Regel kurze Beine. Das heißt, politische Ereignisse gibt es an der Börse nur für einen ganz kurzen Zeitraum, für ein, zwei Wochen. Allerdings haben wir derzeit schon die Situation, dass ein Donald Trump, ein Erdogan und wie die Damen und Herren alle heißen, schon einen großen Einfluss auf die Märkte haben. Durch ihre Entscheidungen können auch letztendlich Wirtschaftsunternehmen beeinflusst werden. Und das ist ein Risiko, das wir jeden Tag auf unserem Schirm haben. Aber mal unabhängig von der Politik, es kommt natürlich immer auf die gesamtkonjunkturelle Situation an. Und wie ich aus vielen, vielen Interviews weiß, Herr Glogger, ist es, dass Sie sich natürlich genauer die Gewinn- und Umsatzsituation der Unternehmen anschauen. Ja, wie sieht es denn da nun aus? Ja, also den Unternehmen geht es global sehr, sehr gut. Wenn man jetzt Unternehmen in Europa anschaut, in den USA, zeigt es doch, dass die Unternehmensgewinne sprudeln. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für uns Aktionäre. In Südeuropa wächst die Wirtschaft auch langsam. Das zeigt, dass dieses Wachstum auf eine breite Füße gestellt ist. Wo sind Sie denn zurzeit eher unterwegs? Schauen Sie eher auf amerikanische Aktien, auf europäische Aktien oder auf Schwellenländeraktien? Also in unserem Investmentprozess haben wir im Chancenmanagement festgestellt, dass europäische Aktien schon noch unterbewertet sind. Sie sind nicht mehr ganz günstig, wenn man zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis hernimmt, aber wir sind immer noch im unteren Bereich für uns immer noch Kaufmöglichkeiten. Welche Risiken sehen Sie für den Rest des Jahres? Ja, Risiken gibt es einmal von der politischen Seite, eben von Donald Trump, von den Populisten, dass die weiter an Macht gewinnen. Unser größtes Risiko, das wir derzeit sehen, ist im Zinsbereich, dass es hier ganz abrupt zum Zinsanstieg kommt. Das könnte die Aktien- und Anleihenmärkte kurzfristig nach unten drücken. Gutes Stichwort, Notenbankpolitik in Amerika steigen die Zinsen, die Zinsen werden angehoben. In Europa wird das Anleihkaufprogramm zurückgefahren. Ja, was bedeutet das letztlich mittelfristig für Aktien- und Immobilienmärkte? Ja, also es ist schon so, dass steigende Zinsen immer ein bisschen das Risiko mit sich tragen, dass die Aktienmärkte fallen. Wir sehen das Risiko derzeit aber tendenziell gering, weil steigende Zinsen eigentlich immer auch ein guter Indikator sind, dass die Wirtschaft gut läuft. Auf der anderen Seite glauben wir auch, dass dieser Zinsanstieg, der jetzt in den USA passiert ist, auch nach oben gedeckelt ist. Der Staat, also sprich die USA, kann nicht mehr Schulden machen. Das heißt, wenn die Zinsen ansteigen, müssen sie viel mehr für ihre Schulden bezahlen und das wollen sie sich auch nicht leisten. Ihr Fazit, auch für den Rest des Jahres, Aktien im Depot kann nicht schaden? Ja, definitiv. Aktien können in keinem Depot schaden. Man sollte mit seinem Vermögensverwalter eine klare Strategie haben, einen langfristigen Anlagehorizont und dann gehören Aktien in jedes Depot. Dann toi 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 für den Rest des Jahres. Armin Glogger war das Vermögensverwalter und Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Herzlichen Dank für das Gespräch.